aqo the persian killer aqo the persian killer tut mir leid die störung meine damen und herren aber ich wollte mal kurz eine sache ansprechen wir haben jetzt ende mai 2021 ja und hier vor ein zwei tagen schreibt mir ein kollege der wohnt in köln ist auch so ein iranischer kollege beschwert dass ich sagte bei uns in köln ist lockdown bei euch in düsseldorf ist kein lockdown schreibe ich dem so zurück sei ich bruder hast du mal rausgeguckt habt ihr den blitz gerade jetzt gerade gesehen sei ich bruder hast du mal rausgeguckt alter der ganze mai ist verregnet und das ist kein leichter regen das schon sturm und hagel und hast du nicht gesehen sag ich schon du schreibst mir du schreibst mir auf whatsapp dass das bei euch lockdown ist bei uns nicht junge hier kannst du doch gar nicht rausgehen guck dir doch mal das wetter an jetzt mal jetzt mal im ernst aber was ist denn hier kaputt die ganze zeit lockdown lockdown dann kommt so mai april mai und so wie denken alles klar irgendwann lockdown vorbei ja dann ist der lockdown vorbei dann gibt es erstmal hagel sturm und unwetter hier sind so viele bäume umgekippt die letzten wochen ja jetzt jetzt zerstört uns sogar noch ja hier blitze donner hagel alter vergiss es es ist immer noch lockdown lockdown ist vorbei aber der lockdown ist immer noch da okay bevor das video zu lange wird es wird heute mindestens ein zwei videos noch geben und zwar was sehr interessantes ja das wollte ich auch schon noch dazu sagen richtung kraftsport es hat sich was ergeben aber also was was krasses also was was ich sehr krass finde weil der typ der hat also egal werdet ihr schon sehen guckt einfach das nächste video wird ein paar stunden erscheinen auf meinem kanal ansonsten folgt mir auf twitch instagram und facebook die links findet ihr unten in der video beschreibung ja herzlichen glückwunsch an das wetter ja verlängerte lockdown von der regierung gesteuertes wetter damit wir weiterhin zu hause bleiben eine verschwörungstheorie junge 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 willst du mich verarschen alter also wir sehen uns später bis dann wird ein krasses video heute vertraut mir ich